Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich fand es in Geschichte echt schwierig, mir all die Jahreszahlen zu merken. Dummerweise wollte mein Lehrer diese aber jedes Mal wissen. Aber nicht nur in Geschichte muss man sich manchmal Zahlen merken. Wie viel Wirbel hat ein Mensch gleich nochmal? Gibt es denn da nicht irgendeinen Tipp, wie man sich Zahlen besser merken kann? Es gibt in der Tat eine tolle Mnemotechnik, die einem dabei hilft, sich Zahlen einzuprägen. Wie bei allen Mnemotechniken braucht es aber auch für das sogenannte Bildersystem oder auch Zahl-Symbol-System ein wenig Übung. Das Konzept ist denkbar einfach. Ihr sucht euch Bilder für die Ziffern 0 bis 9 aus, die ihr euch leicht merken könnt. Das klappt am besten, wenn ihr etwas aussucht, was mit der Zahl zu tun hat. Bei der 5 könnte man zum Beispiel an eine Hand denken, die 5 Finger hat. Und eine 3 braucht man im Chat, um ein Herz zu kreieren. Sucht euch auf diese Weise 10 Bilder aus, die euch passend für die jeweiligen Ziffern erscheinen. Sobald ihr euch nun eine Zahl merken wollt, bastelt ihr aus den dazugehörigen Bildern eine kleine Geschichte. Diese darf ruhig völlig bescheuert sein. Wichtig ist nur, dass ihr sie euch merken könnt. Wenn ihr euch zum Beispiel merken wollt, dass ein Mensch 24 Wirbel hat, könntet ihr euch folgende Geschichte zimmern. Ein Schwan macht Feuer, wenn er ein menschliches Skelett findet. Wollt ihr euch stattdessen doch lieber merken, in welchem Jahr der Erste Weltkrieg zu Ende war, könnte diese Geschichte helfen. Als der Erste Weltkrieg zu Ende war, nahm ein Junge einen Stock und stieß damit alle Kegel um. Dann nahm er einen weiteren Stock und machte unendlich damit weiter. Alles, was ihr also tun müsst, ist, euch 10 Bilder zu merken und diese dann zu einer Geschichte zu verbinden, wann immer es nötig ist. Wenn ihr keine Lust habt, euch erst noch Bilder auszudenken, könnt ihr auch auf verschiedene Bildersysteme zurückgreifen und diese Bilder übernehmen. Allerdings könnt ihr euch eure eigenen Bilder vermutlich leichter merken, da ihr sie für logische achtet. Sonst hättet ihr sie ja nicht ausgewählt. Auf diese Weise könnt ihr auch Zahlengruppen erstellen. Müsst ihr euch beispielsweise mehrere Jahreszahlen merken, die aber alle mit 19 beginnen, könnt ihr euch einen Stock denken, der auf einem Kegel balanciert und dieses Bild immer verwenden. Oder ihr verwendet immer ein anderes Bild, damit ihr nicht durcheinander kommt. Oder aber ihr lasst die 19 in Gedanken weg, da ja ohnehin alle Zahlen, die ihr euch merken wollt, damit beginnen. Wichtig ist nur, dass ihr das gut übt, bevor ihr es bei einer Arbeit anwendet. Sonst kommt ihr noch ganz durcheinander oder vergesst, welches Bild für welche Zahl stand und das wäre dann ja wirklich unnötig. Okay.